Moin moin liebe Seniors, liebe Senoritas und liebe Fabrikbesitzer, natürlich bin ich der Seno und natürlich begrüße ich dich zu den Friday Facts am Mittwoch. Liegt daran, dass das große Projekt The Big 20, wo wir Spenden für das Kinderhospiz gesammelt haben, jetzt offiziell beendet ist. 20 Millionen Chips wurden gehandcraftet und 3.500 Euro für den guten Zweck eingesammelt. Videos dazu findet ihr natürlich hier auf dem Kanal, gebt einfach mal The Big 20 ein. Dann habe ich jetzt auch wieder Zeit, die Videos so zu produzieren, wie wir es gewohnt sind und mal wieder ein bisschen strikter und mehr Factorio-Content auf diesem Kanal zu bringen. Es erwartet euch auch die ein oder andere Mod-Vorstellung, also haltet da die Ohren steif, da kommt mal wieder ein bisschen Nachschub. Ich weiß, ihr habt lange gewartet und lasst uns nicht so viel Zeit verlieren. Die nächsten Friday Facts kommen dann höchstwahrscheinlich wieder Freitag, also übermorgen. Und ich sollte jetzt in der Lage sein, die ganz normale Terminvereinbarung sozusagen einzuhalten. Heute erwartet uns allerdings erstmal der Blog-Eintrag Nummer 324. Nennt sich Sound Design, Animated Trees und Optimization. Schweres Wort für einen deutschen Plep. Heißt so viel wie, sie haben ein bisschen am Sound rumgespielt. Die Bäume werden sich auch ein kleines bisschen bewegen, ähnlich wie das Wasser, was wir uns letzte Woche angeguckt haben. Und dann wartet noch die ein oder andere Verbesserung auf uns und Optimierung. Wen das interessiert, dem rate ich einfach mal dran zu bleiben, denn nach dem Intro, ihr wisst es mittlerweile, erkläre ich euch alles, was ihr wissen müsst. Ich würde mal behaupten, wir fangen diese Friday Facts nicht mit einem guten Aufhänger an, aber dafür mit einem guten Aufnäher. Wer diesen Wortwitz schon ziemlich bescheuert und flach fand, der soll sich bitte jetzt festhalten. Wir legen noch eine kleine Schippe obendrauf, denn die Factorio-Entwickler bieten diese Dinger jetzt in ihrem Shop an und wissen nicht genau, wie groß die Nachfrage sein wird. Ich als Seno und begeisterter Factorio-Spieler würde mal sagen, die Entwickler müssen sich da überhaupt gar keine Gedanken machen, denn wie wir alle wissen, kommen die Factorio-Entwickler-Patches immer ziemlich gut bei der Community an. Aber Schluss mit dem blöden Späße. Das hier ist eine ernste Angelegenheit, wie wir in dem nächsten Eintrag hier unten sehen werden. Da geht es nämlich um das Sound-Design. Und alles, was ich jetzt erzähle, hat der liebe Ayan geschrieben. Ayan ist ein Entwickler, der zum Factorio-Team dazugestoßen ist, weil man das Gefühl hatte, für das Sound-Design sollte jemand im Prager Büro vor Ort sein. Einfach, weil das die Kommunikation natürlich um einiges erleichtert. Dieser Ayan hat nun also die Aufgabe, die Sounds für die finale Version 1.0 anzupassen und bereitzustellen und zu verbessern. Und seine erste Amtshandlung war quasi, die Geräusche der Beißer und Spucker zu verändern, wenn sie sich bewegen. Er hat dazu in einer Sound-Datenbank das Geräusch von dem Knacken von Eierschalen gesucht und die dann erstmal auf die Beißer angewandt. Wir hören uns das hier gleich an. Wir machen da gleich eine kleine Hörprobe. Was ich tatsächlich immer noch sehr interessant finde, ist mal wieder so ein kleiner Einblick in, was die Factorio-Entwickler vorhaben und was sich dann leider aus Gründen der Performance dann nur ins Spiel schafft. Eigentlich war die Idee, das Bewegungsgeräusch für die Gegner anzupassen, je nachdem auf welchem Untergrund sie laufen. Also wenn sie durch Gras laufen, machen sie ein anderes Geräusch, als wenn sie durch seichtes Wasser laufen oder über euren Asphaltboden. Super geile Idee, vor allem weil Mods ja auch eigene Untergrundgeräusche mit ins Spiel bringen können. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Mod Dektorio. Die hat einen wunderbaren Holzfußboden, den ihr einfach aus rohem Holz herstellen könnt. Und der verändert eben auch die Bewegungsgeräusche der Spielerfigur. Super, super cool. So was wollten sie für die Beißer auch machen. Haben sie auch, aber sie wollten das eigentlich so machen, dass jeder Fußstapfe selbst getrackt wird. Also ein Beißer, der halb auf Asphalt und halb auf Holz steht, macht zwei unterschiedliche Soundgeräusche, je nachdem mit wie viel Bein er auf welchem Untergrund steht. Das Ganze würde aber ziemlich viel Rechenleistung kochen, äh kochen ja, kosten. Vor allem wenn wir uns halt überlegen, dass die Viecher ja bis zu zwölf Beine haben. Und von daher musste man dann das ein bisschen abspecken, um mal bei dieser Kochanalogie zu bleiben. Und hat gesagt, okay, wenn sich ein Beißer bewegt, dann gucken wir, wo befindet er sich hauptsächlich. Und dann gibt es halt das Bewegungsgeräusch von dem Untergrund, auf dem er sich hauptsächlich bewegt. Und nicht für jedes Bein einzeln diese Abfrage machen. Naja, man muss halt gucken und manchmal Abstriche machen. Wäre cool gewesen, was sie vorhaben, aber lässt sich halt erstmal so nicht umsetzen. Der Grund, warum diese Sounds überhaupt verändert werden oder die Herangehensweise und der Gedankengang, den Ian hier schildert, ist ganz einfach. Wenn man Beißer und Spucker, die beiden Hauptgegner in Factorio, an ihrem Sound unterscheiden kann, bringt das eine neue Spieltiefe. Es fühlt sich alles ein bisschen immersiver an. Ich weiß nicht, ob das das deutsche Wort ist. Englisch wäre es Immersion. Also man kann ein bisschen mehr eintauchen und ein bisschen mehr vergessen, dass es ein Spiel ist. Es fühlt sich einfach lebendiger, schöner und more vibrant an. Also nicht vibrierender. Da musste ich mich in einem anderen Video berichtigen lassen, dass es nicht vibrant, also nicht vibrierend heißt. Aber ihr wisst sicherlich, was ich meine. Ein bisschen besser, sagen wir es so. Wir hören mal rein, Leute. 30 Sekunden Club. Sie kommen nochmal zurück. Da konnte man sehr schön hören, dass Beißer und Spucker unterschiedliche Sounddateien haben. Bei den Beißern knackt es ein kleines bisschen mehr. Es ist mehr so ein Crackling-Geräusch. Und beim Spucker ist es mehr so diese Stampfen. Finde ich, haben sie ganz cool umgesetzt. Und das sind natürlich nicht die einzigen Sounds, die sich ändern werden. Sonst hätten sie eigentlich einfliegen lassen müssen. Sondern da wird sich noch eine ganze Menge tun. Das war jetzt erstmal, ja, wie gesagt, der erste Schritt. Es soll dann auch noch neue Geräusche geben dafür, wenn die Beißer oder Spucker sterben, dass sie unterschiedliche Geräusche machen. Also, dass der Todesschrei je nach Art der Aliens anders ist. Auch was den Entwicklungsgrad angeht. Also kleinere Aliens machen leiser Geräusche und andere Geräusche als die großen Aliens. Da wird uns einiges erwarten. Und dasselbe wird, denke ich mal, auch für Teile der Fabrik noch umgesetzt werden. Für Teile der Umgebung. Da bin ich tatsächlich sehr gespannt. Die Musik in Factorio ist cool. Aber ich bin gespannt, was ihr halt einfach von diesen Effekten her noch Neues reinbringt. Ja, bei dem nächsten Thema bin ich tatsächlich ein kleines bisschen gehypt. Wir scrollen mal runter und wir sehen, der Titel hat es ja vorhin schon gespoilert. Die Bäume werden sich bewegen, meine lieben Freunde. Oder, um natürlich ganz korrekt zu sein, die Blätter werden animiert. Ich bin mir jetzt nicht sicher, wie gut dieses GIF auf eurem Bildschirm zu sehen sein wird. Je nachdem, ob ihr auf dem Handy guckt oder auf einem großen Flat TV oder was auch immer. Mag das Resultat ein bisschen unterschiedlich aussehen. Vor allem, weil YouTube das Video ja nochmal rendern wird. Und von daher, keine Ahnung, wie das bei euch aussieht. Guckt euch das am besten selber mal in dem Blog-Eintrag hier oben an. Einfach post slash fff-324 oder den Link unten in der Videobeschreibung benutzen. Und dann könnt ihr euch das einfach mal selber angucken. Wichtige Punkte sind, erstens, nicht nur die Blätter werden sich bewegen, sondern auch der Schatten, den die Bäume werfen. Das ist natürlich nochmal besonders schön. Vor allem auf dem Wasser, mit dem animierten Wasser, ist das tatsächlich ein sehr netter, cooler Look. Gucken wir uns aber die Bäume selbst an, bin ich nicht so hundertprozentig einverstanden. Es sieht besser aus, als diese starren, toten Bäume. Ganz klar. Bin ich bei euch. Gebe ich den Entwicklern völlig recht. Ich versuche mal zu zoomen. Vielleicht klappt das ja einigermaßen. Wir zoomen mal hier rein. Ja, mehr geht nicht. Und gucken uns mal diesen Baum hier in der Mitte an. Wobei ich finde, gerade hier oben sieht man das ziemlich deutlich. Technisch gesehen, was passiert, ist natürlich nicht, dass jedes Blatt sich irgendwie bewegt. Da ist auch kein simulierter Wind, der da durchstreicht oder sonst irgendwas, sondern es passiert ein sogenanntes Displacement. Auf Deutsch übersetzt, die einzelnen Pixel werden ein bisschen verschoben. Ähnlich wie wir uns das in der letzten Woche bei den Wassereffekten angeguckt haben, ist es schwer zu erklären. Es kommt weiter unten in dem Blog-Eintrag gleich noch eine technische Erklärung, die ich überspringen werde, weil das geht zu sehr ins Detail. Ihr könnt es ja hier sehen. Wenn man ganz genau hinguckt, dann sieht man im Grunde, dass man das normale Baumbild hat. Und das wird dann einfach so ein bisschen geschüttelt. So ein bisschen rotiert. So ein bisschen nach links, ein bisschen nach rechts, ein bisschen nach oben, ein bisschen nach unten. Rotiert natürlich nicht. Rotiert wäre so. Aber ihr wisst schon, was ich meine. Also es wird einfach ein bisschen auf einer zweidimensionalen Fläche immer so leicht hin und her bewegt. Und wird dann darüber gezeichnet, über das Original. Das ist dann halt durchsichtig und dadurch verschieben sich einzelne Pixel und es entsteht dieses Gefühl, da würde sich etwas bewegen. Ich denke mal, im Spiel wird das tatsächlich ganz schön aussehen. Hoffe ich jedenfalls. Weil bei diesen Vorschaubildern hier sieht man dadurch, dadurch werden die Bäume sehr unscharf. Ich habe jetzt hier leider kein Bild von dem sich nicht bewegenden Baum, weil die sich alle bewegen. Aber wenn man halt so nah ran zoomt und ganz genau hinguckt, dann sieht man eben, dass nicht die Blätter sich bewegen, sondern nur einzelne Pixel hin und her geschoben werden. Ist super schwer zu erklären. Ich meine, ihr seht es ja selbst. Ansonsten guckt euch das in den Friday Facts, wie gesagt, mal direkt an. Ich bin sehr gespannt, was haltet ihr denn davon? Also ich sage, das ist besser als die toten Bäume. Keine Frage. Aber wenn man wirklich konzentriert hinguckt, sieht es nicht so geil aus, als wenn man flüchtig hinguckt. Wisst ihr, wie ich meine? Also so, wenn man jetzt... Kann ich nicht irgendwie wieder auf 100% gehen hier? Warte mal, zoom... Normal. Danke. So geht das schon, wenn du so im Spiel bist und nicht darauf achtest, sieht das ganz cool aus. Das ist nicht übertrieben, das ist ganz nice. Aber, ja, wie gesagt, wenn man sich darauf konzentriert und selbst schon so normal rausgesumt, sieht man hier bei den Brauern, das wird so ein bisschen unscharf und matschig. Leute, ich bin hier ja nicht der ausschlaggebende Kritiker. Es kommt auch darauf an, wie es euch gefällt. Ich persönlich sage, da müssen die noch eine Schippe drauflegen. Besser als davor, aber da muss noch was gehen. Das ist quasi meine Meinung. Ich habe ja schon angedroht quasi, hier unten wird es jetzt sehr technisch. Hier wird dann über die Integration des Tree Shaders gesprochen und ihr seht schon, das kommt dann hier über verschiedene Kanäle und bla bla bla. Wer sich dafür interessiert, wer sich mit dem Thema auskennt, sage ich mal, der kann auch Englisch, der kann das selber lesen. Für uns Normalsterblichen ist das hier etwas zu technisch. Diese Animation hier unten ist noch ganz interessant. Da sieht man die Bäume, die etwas beschleunigt wurden. Also das Videomaterial, was wir hier sehen, ist ein bisschen schnellerer Gamespeed als normal. Deshalb flackern die so, das sieht eher aus, als wären wir im Witcher-Universum unterwegs. In Witcher 3 sind die Bäume ja dafür bekannt, dass sie fast umkippen, so windig wie das da ist. Und da sieht man aber auch ganz gut, ich zoome doch nochmal ein bisschen näher ran, dass einige Bäume sich sehr viel stärker bewegen als andere. Das finde ich wiederum ganz cool, dass der Wind, dass nicht alle Bäume so gleichzeitig wup 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 machen, sondern eben, dass die so, ja, man kann sich so einen Kreis vorstellen, wo es ein bisschen mehr ist. Der Baum hier in der Mitte, der bewegt sich kaum und das, was hier immer so eingeblendet wird, das ist quasi diese Distortion, also diese Pixelverschiebung, wie stark die in welchen Bereichen ist. Einfach ein bisschen visualisiert. Ja, geht da noch weiter hier unten. Dann, ähm, dann redet er noch über die Normal-Maps und den Sprite-Atlas und so, das interessiert uns alles nicht. Wir wollen wissen, wie es aussieht und das muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden. Und wie schon angesagt, bitte schreibt mal unten in die Kommentare, liebe Leute, sagt mir mal, was ihr davon haltet. Findet ihr das so gut? Findet ihr, wir müssen da noch ein bisschen was drauflegen? Hättet ihr lieber tote Bäume, die sich gar nicht bewegen? Vielleicht gibt es ja auch so solche Fetischisten, ne? Keine Ahnung. Ähm, ich sag mal, die Bäume für Faktorium-Spieler sind ja eher die größten Feinde. Bin halt gespannt, wie das in einem richtig großen Wald aussieht, ne? Wenn so ein ganzer Bildschirm voll ist. Es gibt ja zum Beispiel auch die wunderbare Mod, ähm, Toxic Trees heißt es, glaube ich. Ich glaube, es heißt Toxic Trees, die Mod. Äh, die macht einfach bis auf das Startgebiet die komplette Map Bäume. Nur Bäume. Baum, 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 alles, jedes freie Feld ist ein Baum. Alles ist ein Baum. Das ist heftig. Kann ich nur jedem empfehlen, ist ein super geiles Spielgefühl und freuen, wenn es mal anfängt zu brennen. Ja, aber wir haben ja noch ein weiteres Thema, das auf uns wartet. Und das gucken wir uns doch jetzt im letzten Abschnitt einmal an. Jetzt wird es auch noch mal ein bisschen technischer, weil es um die Programmierung von Faktorio selbst geht. Aber ich versuche das mal so zu erklären, dass auch Leute ohne Programmierhintergrund folgen können. Manche Arbeitsschritte in Faktorio sind relativ zu den anderen Arbeitsschritten langsam. Und das liegt in den allermeisten Fällen daran, dass diese Arbeitsschritte ganz viele kleine Einzelschritte haben, die alle nacheinander abgearbeitet werden müssen. Als Beispiel wird hier der Inserter, beziehungsweise auf Deutsch der Greifarm genannt. Vor allem der befeuerte Greifarm, der Kohle oder Holz oder was auch immer braucht, um zu funktionieren. Obwohl Inserter mit Förderbändern und Montagemaschinen wahrscheinlich die am meisten benutzten Gegenstände oder Entities oder Gebäude in ganz Faktorio sind, sind sie relativ zu den anderen Sachen, die so in Faktorio passieren, programmiertechnisch gesehen, sehr, sehr langsam. Woran liegt das? Ganz einfach ein, wir nehmen jetzt auch einfach mal das Beispiel hier des befeuerten Greifarms, muss sehr viele Dinge in jeder Sekunde eigentlich immer und immer und immer wieder überprüfen. Jetzt könnte man gleich sagen, naja, wenn er so viel überprüfen muss und vor allem, wenn es Sachen sind, die ganz selten passieren, könnte man doch einfach ihm sagen, er soll die nicht so oft überprüfen. Aber wir werden gleich sehen, ganz so einfach ist das nicht. Was, vielleicht fangen wir damit mal an, was muss ein Inserter, ein befeuerter Inserter denn bitte überprüfen? Was ist denn da so kompliziert? Naja, jeden Tick, und ihr wisst ja, eine Spielsekunde Faktorio-Zeit besteht aus 60 Ticks. Das heißt, jeder einzelne befeuerte Greifarm macht das, was ich jetzt gleich vorlese, pro Sekunde 60 Mal. Jeder einzelne. Der Inserter muss gucken, ob er selber eine Brenner-Energiequelle hat, ja. Also hat er noch Energie, um sich zu bewegen? Falls ja, muss er überprüfen, wie viel Energie ist denn noch in mir drin? Reicht das, um meinen Arbeitsschritt komplett zu beenden oder bin ich komplett leer und muss in den Schlafmodus? Kennt ihr dann, Flash, dieses Energiesymbol, so rot auf und der Inserter sagt, ich kann nicht mal arbeiten, ich muss stillstehen, bis ich wieder was zum Futtern habe. So, also das Erste ist, benutze ich Energie, das Zweite ist, ist mein Energiehaushalt leer, da muss ich stillhalten. Das Zweite ist, wenn er noch nicht in diesem Schlafmodus ist, habe ich denn gerade was in der Hand, was ich selber essen kann? Transportiere ich zum Beispiel Kohle und kann mich damit selber füttern? Transportiere ich gerade Holz, kann ich mich damit selber füttern? Wenn er das kann und noch Energie übrig hat, darf er sich das selber in den Mund hauen. Okay. Dann geht es aber weiter. Das ist jetzt nur die Überlegung, hey, esse ich das selber? Kann ich mich noch bewegen oder muss ich schlafen? Diese drei Punkte, so könnte man das hier zusammenfassen, diese drei Punkte. Dann geht es aber natürlich weiter. Er muss jeden Tick überprüfen, ob das Ziel des Items, das er aufsammelt oder ablegen möchte, noch da ist. Es könnte ja auch sein, dass das in der Zwischenzeit abgehauen ist. Das Gebäude wurde abgerissen, der Zug hat sich weiter bewegt und so weiter und so fort. Also, gibt es mein Ziel noch oder ist das wegteleportiert oder weggefahren? Dann muss es gucken, die Quelle, von der ich etwas aufsammeln will, zum Beispiel das Förderband oder die Montagemaschine oder der Zug, von dem ich halt etwas rausnehmen möchte. Selbes Spiel. Ist das noch da oder ist er schon verschwunden? Das dritte ist, er muss gucken, ob entweder das Ziel, wo er es ablegen soll oder die Quelle, wo er es hernimmt, mittlerweile mit dem Blaupausen-Abrissplaner markiert wurde. Dann ist ja dieses rote X drauf und die Gebäude hören auf zu funktionieren. Dann steht es da zwar noch, aber kann halt nicht mehr beladen oder entladen werden und dann würde der Greifarm eben auch in den Pause-Modus gehen und halt aufhören zu arbeiten. Dann muss er noch überprüfen, ob die Quelle, wo er etwas rausnimmt, eventuell die Seiten gewechselt hat. Wenn man im Multiplayer spielt und mit Mods arbeitet, dann kann es ja passieren, dass die Fraktion quasi sich wechselt. Auf einmal gehört das Gebäude nicht mehr euch, sondern einem anderen Spieler hat den Besitzer gewechselt, so könnte man das sagen. Wenn das der Fall ist, darf er da ja auch nicht einfach raussammeln. Und als letztes dann muss er gucken, ob es eine schaltungstechnische Bedingung gibt, bei der er nur arbeiten darf und ob diese Bedingung erfüllt ist. Zum Beispiel nimm nur etwas aus der Kiste, wenn über 100 grüne Schaltkreise drin sind. Also nur wenn du Signal, 100 Schaltkreise oder mehr hast, darfst du etwas rausnehmen, sonst lass es. All diese Sachen muss er 60 Mal pro Sekunde überprüfen. Und das nicht nur der einen Insurter, sondern alle, die ihr irgendwo rumstehen habt. Die letzten Punkte, die wir aufgezählt haben, funktionieren natürlich auch bei den Insurtern, die Strom benutzen. Da ist dann nur dieser Zwischenpunkt weg, dass sie sich selbst was reinhauen können, dass sie selber was wegsnacken können. Und dann stellt ihr euch vor, wenn ihr 100 Insurter habt, wenn ihr 1000 Insurter habt, wenn ihr 10.000 Insurter habt, das dauert dann einen Moment, bis das alles berechnet wurde. Leute, die sich mit Programmieren und so nicht so gut auskennen, werden jetzt vielleicht sagen, ja gut, dann müssen sie halt nicht so viele Sachen überprüfen. Das Problem ist natürlich, wenn etwas nicht überprüft wird, dann weiß das Spiel nicht, ob sich etwas geändert hat. Und wenn dann so eine Veränderung eintritt, dann könnte es zum Beispiel sein, dass der Insurter einfach ohne Treibstoff weiter funktioniert, obwohl er doch eigentlich in den Schlafmodus sollte. Oder er würde weiter versuchen, von einem Punkt etwas aufzusammeln, obwohl da gar nichts mehr ist und verbacken. Das heißt, diese Checks, die da stattfinden, die sind natürlich extrem wichtig, damit das Spiel so funktioniert, wie es funktionieren soll. Trotzdem wollten die Entwickler gerne dafür sorgen, dass man diese Anzahl der Checks nach Möglichkeit so gering wie möglich hält, um einfach Leistungskapazitäten für andere Sachen freizuschaufeln. Und dabei haben sie einen sehr geschickten Trick angewandt, wo es mich tatsächlich wundert, dass sie da nicht früher drauf gekommen sind. Und zwar funktioniert das ja momentan so, dass der Insurter guckt sich seine Umgebung an, ganz vereinfacht gesagt. Der Insurter guckt seine Umgebung an, hat sich da jetzt was verändert. Und das muss dann halt jeder Insurter machen, immer und immer wieder. Was sie jetzt machen ist, was sie jetzt reinprogrammiert haben oder dabei sind, ist zu sagen, dass die Umgebung dem Insurter sagt, wenn sich etwas verändert hat. Einfaches Beispiel, wir haben eine Montagemaschine und da sammelt der Greifarm etwas raus und packt es auf ein Band. Wie gesagt, normalerweise müsste der Insurter jetzt jede Sekunde 60 mal gucken, ist da was, ist da was, ist da was, ist da was, ist da was. Und nicht nur ist da was, sondern ist die Montagemaschine noch da? Ist das Förderband noch da? Ist alles noch da? Ha, woher bin ich? So, was sie jetzt machen ist, sobald die Montagemaschine abgerissen wird, sagt, also dieses Event, in Englisch nennt man das Event, also diese Aktion würde man vielleicht im Deutschen sagen, des Abreißens sendet dann einmal kurz so einen Impuls, einmal kurz so ein Signal an den Insurter, hey, ich bin nicht mehr da, ich bin weg, achte nicht mehr auf mich. Und erst, wenn da ein neues Gebäude platziert wird, kommt wieder so ein Event, so eine Aktion und sagt dem Insurter, hey, guck mal, jetzt bin ich hier. Also anstatt, man hat das Problem also quasi einfach verlagert oder nicht das Problem, aber man hat die Verantwortung, könnte man sagen, verschoben. Nicht der Insurter muss gucken, hat sich was geändert, weil der muss immer jede Sekunde gucken, sondern man hat gesagt, hey, liebe Montagemaschine, liebe Kiste, lieber Zug, guck, wenn du etwas machst, was einen Insurter in deiner Nähe interessieren könnte, dann ruf einmal laut hier, damit der Insurter das mitbekommt. Und das berücksichtigt der Insurter dann. Ja, ich glaube, so kann man das ganz gut erklären. Ja, ich denke mal, ihr könnt euch das vorstellen. Ihr seid ja alle helle. Die Hälfte der Leute, die hier zugucken, sind E-Programmierer und werden drüber lachen, wie schlecht ich das erkläre. Aber ihr versteht schon, was ich meine. Jetzt wird dem Insurter etwas gesagt, anstatt, dass der Insurter immer nachfragen muss. So kann man das kompakt, glaube ich, ganz gut zusammenfassen. Und das Schöne ist, das ist hier unten unter Snowboarding erwähnt, dass es auch ganz viele andere Entitäten, Gebäude, was auch immer, in Factorio gibt, die auch so viele Fragen stellen müssen. Und dieselbe Logik kann man da anwenden und sagen, nee, 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 Moment, mit dem neuen System, das wir haben, können wir dafür sorgen, dass diesen Gebäuden Bescheid gesagt wird und sie nicht immer ständig nachfragen müssen. Wodurch die Rechenleistung extrem, extrem gespart wird. Hier unten bei Hitzerohren, es geht noch um zum Beispiel die Mining Grills, die Lokomotiven, dieses Requester-Symbol, wenn du irgendwo Module hinpacken willst. Also wenn Roboter Module zu Gebäuden bringen sollen, die du mit Blaupausen platziert hast und du hast in dem Moment, wo es platziert wurde, nicht genug Module und die müssen da hingebracht werden. Ihr kennt das, dieses blaue blinkende Ding halt. Ja, und noch ganz viele andere Beispiele, die ziehen die Leistung oder haben die Leistung bis jetzt so nach unten gezogen, weil sie immer überprüfen mussten und Bescheid sagen mussten und fragen mussten. Und denen kann man jetzt allen Bescheid sagen. Und das extreme Beispiel sind tatsächlich die Hitzerohre und da haben sie diese neue Logik auch angewandt und das ist tatsächlich erstaunlich. Davor hatten sie 55 Millisekunden, also 0,55 Millisekunden pro Tick. Ja, also 60 mal 0,55 Millisekunden pro Sekunden, die das gedauert hat, das zu updaten. Und mit der neuen Logik hat es nur noch 0,17 Millisekunden gedauert, lustigerweise genau die Versionsnummer, in der wir uns gerade befinden. Illuminati confirmed, würde ich mal sagen. Aber Spaß beiseite, das ist halt eine Verbesserung von fast, nee, mehr als dreimal so schnell. Okay, das ist ein riesiger Unterschied, nur bei den Heatpipes. Die arbeiten jetzt auf einmal durch diese leichte Änderung im Code dreimal schneller als vorher. Sie haben dann noch ein paar andere Änderungen gemacht und ein bisschen geguckt und rumgedudelt und so. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, genau. Und da die Heatpipes ähnlich funktionieren wie das elektrische Netzwerk, das Flüssigkeitsnetzwerk und die Heatpipes und so weiter, dadurch, dass sie alle nicht miteinander interagieren, ist das auch interchangeable. Also du kannst das von einem System aufs andere anwenden und so weiter und so fort. Kurz gesagt, ich langweilig schon wieder, sie optimieren und optimieren und optimieren und auch ältere CPUs oder gerade ältere CPUs dürften dadurch ziemlich, ziemlich, ziemlich profitieren. Hier unten steht nämlich so als letzter Satz und das ist vielleicht das, was wir so als Kernessenz hier rausfiltern. Jeder Speicherstand, den, wer hat den Text hier geschrieben, R. Seeding ausprobiert hat, lief danach messbar schneller. Die extremsten Varianten, wo es viele Stahlöfen und sehr viele Öfen und Schmelzen quasi gab, haben sogar 2,3 mal schneller, also sie liefen danach 2,3 mal schneller als vorher. Die ganz, also Factorio, die Updates, ja, das ganze Spiel lief 2,3 mal schneller als davor oder hat 2,3 mal weniger Rechenleistung beansprucht. So, super, super, super gute Nachrichten für alle, die etwas ältere CPUs haben, auf Laptops zocken, auf Notebooks zocken und so weiter und so fort. Und auch für die Leute mit guten CPUs, wir wissen ja, spätestens ich weiß das, seitdem wir das The Big 20 abgehalten haben, dass auf großen, komplexen Maps, obwohl ich schon versucht habe, das eigentlich auf der Map so simpel wie möglich zu halten, manche Systeme einfach nicht mehr hinterher kommen. Ich habe auf der Map auch nur noch 43 UPS geschafft am Ende von den gewünschten 60 und konnte deshalb eine Zeit lang nicht auf den Server mitzuspielen. Ganz große Kacke. So, wie dem auch sei, das Video ist schon lang genug, Leute. Ich bedanke mich für jeden, der bis hierhin durchgehalten hat. Wie immer dürft ihr gerne unter das Video schreiben, die Fabrik muss wachsen. Das zeichnet euch quasi als Elite-Factorio-Seno-Fans aus. Und an der Stelle auch nochmal der freundliche Hinweis, wenn ihr wollt, guckt gerne auf meiner Patreon-Page dabei. Ich freue mich über jeden, der sich dazu entscheidet, mich monatlich ein bisschen finanziell zu unterstützen und mich meinem Ziel näher zu bringen. Ansonsten guckt gerne mal im Livestream vorbei unter Twitch. Seht ihr da oben ja Twitch. Ich heiße auf Twitch genauso wie hier auf YouTube. Und jetzt, wo die Weihnachtszeit ist, wer noch Last-Minute-Geschenke bei Amazon kauft, selber schuld, davon abgesehen, oder irgendwas anderes bei Amazon kauft, benutzt gerne den Link, den ihr unten in der Videobeschreibung findet. Speichert euch den einfach mal ab, packt ihn euch hier oben in die Leiste rein. Und immer wenn ihr bei Amazon was kauft, könnt ihr den Link benutzen, wenn ihr wollt, denn dann kriege ich eine kleine Provision. Ihr bezahlt nicht mehr, für euch bleibt alles gleich, aber Amazon weiß, wow, der kommt von Seno und dann kriegt Seno eine kleine Belohnung. Und genauso funktioniert das übrigens auch bei dem MM-OGA-Link, den ihr unten im Video unter der Videobeschreibung findet. Also wenn ihr da irgendwo Games kauft oder so, denkt an mich, benutzt den Link, ich freue mich da tierisch drüber. Da bezahlt ihr nichts und unterstützt mich trotzdem, ist doch ganz große Klasse. Video ist lang genug, ich mache hier den Cut, ich sage, nächste Woche Freitag kommt das nächste Friday-Facts-Video von mir. Spätestens Samstag, aber ich versuche es Freitag, ich versuche es Freitag, meine lieben Leute. Habt euch lieb, danke fürs Zuschauen, wir sehen uns im nächsten Video auf Twitch, wo auch immer. Euch noch eine schöne Adventszeit. Ne, 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 so nicht, nochmal richtig. Euch eine schöne Adventszeit. Ist doch gar nicht so schwer. Bis dahin. Besonderen Dank an die legendäre Nanane und den Cyberbone. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin. Bis zum nächsten Mal.